So, die Klebebandteil weiß ich jetzt nicht, wo ich es hier habe, aber ich weiß, wo ich die Limo herbekomme. Und zwar hier. Ernsthaft. Ernsthaft, hat die wirklich geklappt? You're halfway home, Max. So. Run. Haha, falsche. Noch nicht, noch hier, nicht nur, ich muss konzentrieren mit mich später. Okay. Gut, Plakat. Nee. Ähm, was, was brauchte ich nochmal? Äh, Warren, wo bist du? Also, ich bräuchte, äh, Klebeband und Natrium, Natriumchlorat. Natriumchlorat ist, äh, ist nicht Zucker. Äh, äh, nee, nicht Zucker, sondern, ähm, hier, Natrium, nein, Natriumchlorat ist eine andere Verbindung. Natriumchlorid ist das, äh, Zeug da, was Kochsalz ist. Science Class. Ja, komm, wenn wir schonmal da sind. Ähm, ja. Periodisystem. Boi. Ich wusste das mal. So, Natriumchlorid. Wo finde ich das denn? Eigentlich ist das doch... Eigentlich ist das doch... Hier. Natriumchlorid. Natriumchlorid. Was ist Natriumchlorid? So, Natriumchlorid ist... ein Weedkiller. Du denkst, Warren würde mir das Faktor gesagt haben. Äh... Ah, genau. Da. Natriumchlorid ist also mit einer Sauerstoffverbindung. Also Kochsalz mit Sauerstoffverbindung. Ähm... Toxik für Menschen. Ähm... Was bedeutet... Na, wir brauchen den Unkrautvernichter. Nehmen. Ja, ich glaube, es war mit den Schlüsseln schön genug. Der war gut. So, wo finden wir denn jetzt Klebeband? Also, ich glaube, in der Kunstklasse. Ja. Und? Was sagt man in dem Horrorfilm, was ich letztens gelernt habe? Ich fühle mich. Ich fühle mich selbst an, wenn ich nach Nathan's Arbeit habe. Aber er hat ein bisschen Stil. Oh, Kate. Selbst wenn du schuld warst, hast du versucht, das Good in der Welt zu sehen. Scheiße. Daniel ist ein besserer Illustrator, als ein Fotografer. Max, der Kunstkritiker sagte, Viktoria, das ist ziemlich süß. Wie kann ich jemanden, der so so schützt? Hm. Das ist eine gute Frage, so. Zigaretten. Da, guck mal. Ich hätte es nicht gedacht. Natürlich, na? Das Ding hätte ich auch nehmen können. Ja, natürlich. Also, typisches Klischee. Im Horrorfilm. Je dunkler die Hautfarbe, desto früher ist der totes jemalige. Kleber findet man immer bei den Kunstleuten, weil die zu arm sind, um sich irgendwas anderes zu kaufen. Was ja in Blackwell irgendwie nicht so wirklich das wahre ist. Und, äh... Ja, wo findet man Unkrautvernichter? Am besten im Chemieraum und nicht in der Gärtnerei, ne? Kann ich die Tür mal schließen, damit das nicht so auffällig ist? Nein. Was ist denn dahinter? Vielleicht irgendwas. Egal. In... Ähm... Es ist eine definitely eine gewährleistung. In... 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 In ... Ich hoffe, dass die menschlichen Bäcker nicht den neuesten Okay Gut Äh Ja Natriumchlorid und Runter bis hier Oh, fucking cool Oh, we are toast Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department Uh, so what should we do? Hm Gibt es nicht noch einen anderen Weg da rein zu kommen? Also ganz zufällig Ich konnte doch gerade im Schreibtisch noch nachgucken Habe ich das jetzt nicht? Ich kann jetzt nicht mehr im Schreibtisch nachgucken Verdammt, also muss ich das machen Ich kann hier nach der Öhrgeist Verdammt, also man kann Huh? Ach, was? Du bist magisch! Ich habe keine Ahnung, wie du in da war bist, aber du hast es gemacht, Sista! Die Firma, die ich keep... Jetzt, wir finden was wir wollen, und verletzt es. Meine powers nur so weit gehen. Man, ich kann sehen, warum der Prinzip locken diese Raum ab. Fancy faux-art-crap. Er muss alle wissen, dass er Geld hat. Aber keine Ahnung... Hmm... Warte, ich habe doch irgendwo... Rachel, Kate, Nathan... Niemand. Ich bin auf dem Fall. Wir hatten doch irgendwo... Einmal die Lampe anmachen... Ach, schon wieder die falsche. Wir wollten nur dein exklusives Wissen testen, ja. Das ist praktisch der Punkt, Kate. Schöne und süße. Und in der falschen Ort. Ähm... Derzeitpunkt... Angewicht... Ja... Ja... Oh, 3,9 ist jetzt... Äh... Jaja... Hm... Ich glaube, dass die... Hm... Only... Two more files to go. I certainly... Can't use this. Wo hat die denn jetzt... Diese Rachel? Looks like an oil paintings bill. Awful. Achja... Look at this pile. Look at this pile. Was haben wir denn hier? Suchen. Weird. This asshole has a spotless record. Ähm... Zusehen... Setzt hier... Ja... Fehlzeit... Auszahl... Auflassen... Ja... Ja... Jo... Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Aktualisierung und die letzten Monate Unterricht. Wir hatten... Ja... Okay... Mh... Ja... Ja... Schöne... Schöne... Chloe... Ist ja... Ist eine Problemschülerin, Black. So große Bögen der Lehrerschaft. Sie hat mir nämlich zu leid. Ja... Äh... Selten ist oft angegegen über den Lehrer. Sie versucht, Zahl der Stimmen nach dem Essen zu können. Obwohl sie die intelligenteste Schülerin mit Potenzial ist, verschwindet sie auf unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterliegende Einrichtung. Eine... Eine nicht... Gegen welch... Gegen was rebelliert sie denn? Okay... Er ist nicht länger... Er sieht Polizei wegen... Okay... Ich glaube, wir haben alles in hier gefunden. Ich sollte jetzt mit Chloe gehen. Also... Nathan Prescotts Vater ist auch ein Böse. Shocker. Ähm... Gegen einen Sohn... Seine... Entschied mir... An seine... Als sollte meine große... Ja... Natürlich... Aufkommen zugegeben ist... Die tragische... Ich müsste Marsch... Gibt es... Zugegebenermaßen gibt es das tragische... Ihnen zu denken... Aber ich weiß noch... Ähm... Der... Unpack mentally... Ich erwarte die... Okay... Nett...